Mozartstadt, das steht ja außer Zweifel. Aber womöglich entwickelt sich die Stadt jetzt auch zur Musicalstadt. Bei den Festspielen lief zuletzt die West Side Story. Das Landestheater probt gerade Spamalot. Und in der Salzburger Arena gastiert momentan das Udo Jürgens Musical Ich war noch niemals in New York. Ist Salzburg also im Musical-Fieber? Eva Hallus hat nachgefragt. Das Udo Jürgens Musical setzt auf eine publikumswirksame Mischung. Die populärsten Songs, beschwingte Tanzszenen und eine rührselige Geschichte. Diese Mischung kommt auch in Salzburg gut an. Ich habe es schon mal gesehen in Wien vor einigen Jahren. Aber hier gefällt es mir fast noch besser. Weil? Ich weiß nicht. Vielleicht ist die Halle auch größer. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle schön. Ja, ich finde es recht schmissig und es ist gut gespielt. Ja, sehr gut. Leider ist der Raum ein bisschen zu groß. Es müsste ein bisschen intimer sein. Dann würde es noch besser rüberkommen. Noch beim Einstudieren ist das Landestheater. Mit Spamalot startet in einer guten Woche die neue Saison. Für Monty Pythons Version der König-Arthus-Sage gibt es ein eigenes Musical-Ensemble. Das Landestheater setzt bewusst auf Eigenproduktionen und hebt sich damit von Tournee-Aufführungen ab. Das Udo-Jürgens-Musical ist mehrere Jahre in Wien gelaufen und in Berlin gelaufen. Und jetzt werden eben noch ein paar Menschen, die nicht da hinreisen wollen, damit versorgt. Aber unser Publikum möchte die Musicals, die wir neu für Salzburg produzieren, erleben. Und da sind wir die einzigen, die das tun. Und insofern kommt unser Publikum zu uns. Damit führt der Intendant die Tradition fort. Denn Musicals im Landestheater gibt es schon seit Längerem. Denn eine großartige Anna Worn hat hier auch schon ein Musical inszeniert. Und das weit vor unserer Zeit hier. Und ich glaube, die Salzburger sind durchaus, sagen wir es so, Musical-affin. Sound of Music hat das Landestheater schließlich schon vor fünf Jahren herausgebracht. Und das Stück ist immer noch nachgefragt. Der Weg für neue Erfolge ist also geebnet. Danke. Danke.